...ein drittes Mal starten hier am heutigen Tag. Wir kommen weiter zur 80 PS-Klasse. Die 80 PS-Klasse macht sich bereit dort in Dillen für den nächsten Lauf. Und das Grenzberger Stocker-Team ist dabei mit Thorsten 651. Die Klotek sind mit dabei. Überlegen die Führung, die Klotek-Team, die Klotek-Team, die Klotek-Team, die Klotek-Team, die Klotek-Team. Es ist wieder eine ganz starke Kumpel, dort liegt sie unterwegs. Die Rennwarte sind auf Platz 1. Das ist Oliver mit der 887. Er übernimmt die Führung auf 2, die Klotek-Team mit Martin auf 3, die 4 bei 740. Markus, der Rennwarte ist vollständig. Der Rennwarte ist nach vorne mit dem Rennwarte. Auf der 11.5 MET auf 6, das Grenzberger Stocken auf der 740 Position. Dramatum in der 80 PS-Klasse. Die Rennwarte führen das Feld weiter. Die Rennwarte weiter auf Position 1. Und der links. Die Rennwarte ist in der nächsten Runde. Die Rennwarte gewinnt. Ich bin gleich noch mitgegangen auf der 11.4 Position. Fünf Fahrzeuge kommen ja ins Viertelfinale. In der nächsten Runde. Die Rennwarte gewinnt.